Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und genau hier wird trainiert, 500 Meter vom Hotel, entfernt entstand dieser Platz für die Mannschaft Alles nach dem Prinzip kurze Wege, alles liegt im Umkreis von einem Kilometer Das erste Training dann um 11.30 Uhr, eine Gruppe im Hotel, die andere auf dem Platz, leicht zu erreichen mit dem Fahrrad Also das erste Training dann um 15.30 Uhr, eine Gruppe im Hotel, eine Gruppe im Hotel, die andere Aufnahme Untertitelung. BR 2018 Kurzer Wechsel der Trainingsgruppen und dann war Schluss. Untertitelung. BR 2018